Einen schönen guten Tag liebe Leute, herzlich willkommen wieder bei Outlet46.de hier bei einer neuen Live-Übertragung zu den Deals des Tages. Heute haben wir wieder sieben Artikel für euch vorbereitet und wir beginnen heute wieder einmal mit einer klassischen Levis-Jeans, mit Denim-Qualität, mit Knopfverschluss und dem berüchtigten Five-Pocket-Stil. Hier haben wir das Modell 501, ich denke das sollte jedem bekannt sein, in einem stylischen Blau mit leichten Farbübergehen und dem ganz leichten, ungebügelten Look. Diese Denim-Jeans von Levis erhaltet ihr bei uns für 64,99€ auf www.outlet46.de. Ihr spart bei uns 34€. Für die Damen haben wir hier ein Wickelkleid von Zink S. Madan in Jersey-Qualität, also sehr leichter Stoff, hier in Grau gehalten mit einem Reißverschluss zum sicheren Verschließen, einem Kent-Kragen und hier drei Knöpfen, macht ein wenig was her. Wie gesagt, von Zink S. Madan auch bei uns zu finden, einen Shop für nur 9,99€ anstatt für 59,95€. Einmal mal vorbeischauen und sich inspirieren lassen, auch zu finden bei uns. Weiter geht es mit US-Polo. Da haben wir heute einen Trainingsanzug aus hochwertigem Stoff mit Kordelzug und einem schlichten Design. Hier noch zusätzlich eine Tasche hin und dem berühmten US-Polo Logo. Zusätzlich sind hier noch seitliche Eingrifftaschen. Einfach schwieriger zu finden, aber dennoch sind sie da. Diesen Trainingsanzug von US-Polo erhältet ihr bei uns für 19,99€. Ihr spart bei uns 29€ beim Kauf dieser Trainingshose, dieses Jogginganzugs. Wir machen weiter mit Laura Scott. Da haben wir dieses Top für Damen gestreift in schwarz bzw. blau und weiß. Dieses Top hat einen sehr weichen und leichten Stoff, auch sehr pflegeleicht, also ohne Hermel. Dieses Top erhältet ihr für nur 2,99€ bei uns im Shop anstatt für 45,99€ und spart somit 43€. Und wir machen weiter mit Spartans History. Da haben wir heute mehrere Varianten zur Auswahl. Hier sind erst einmal zwei. Wir haben einmal die graue Variante, also als Hermonshirt in Regular. Hinten mit dem erweiterten Rückenteil. Einen klassischen Rundhaltsausschnitt. Hier im grauen Melange. Und dann haben wir das Ganze als Beispiel auch nochmal in schwarz herausgeholt. Auch mit Rundhaltsausschnitt verlängerte Rückenpartie. In verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Das hier nur 2 Beispiele von vielen. Diese Shirts von Spartans History halten die für 4,99€. Und wir machen weiter wieder für die Damen. Ein Black- und Lederlook. Eine Handtasche. Sieht man hier sehr schön von Walpuna. Diese Handtasche ist vielseitig einsetzbar, hat auch viel Platz zu bieten. Hier nochmal das Gedöns raus. Einmal innen in blau-lila gehalten. Mit einem Ersatzhäkel. Und vielen verschiedenen Taschen. Diese Tasche ist sehr leicht und auch einfach zu transportieren. Hat einen sehr pflegeleichten Stoff. Also sehr pflegeleichtes Material. Und diese Handtasche von Walpuna erhält ihr für 17,99€ anstatt für 59,99€. So, zu guter Letzt haben wir hier noch Herren-Sneaker von Etnix. Wie ich finde, ein sehr verspieltes Aussehen. Mit verschiedenen Design-Elementen. Also hier einmal mit Schwein und Schaffen. Dieses Modell ist hier in Grau-Grün gehalten. Hat eine vulkanisierte Sohle. Und ein sehr hochwertiges Obermaterial. Hier mit der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-Loch-Schnürung. Also ein fester Sitz bei diesen Sneakern. Und diese Etnix-Sneaker erhaltet die bei uns für 37,99€ und sparen sie mit 47€. Das war's dann auch schon für heute. Wir gehen jetzt alle ins Wochenende. Wir einen eher die anderen später. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder am Montag. Mit einer neuen Ausgabe zu den Deals des Tages. Das war's. Vielen Dank.